Musik Jo Leute, herzlich willkommen zum Silvesterkanal. Wir zünden die Time Rain heute. 13 Schuss hat die Batterie, ist eine Neuheit von Nico Feuerwerk. Die ist auch in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch die nochmal genauer anschauen. Das ist halt eine neue Batterie aus dieser 13 Schusser Serie, die Nico rausgebracht hat. Stellen wir mal den Karton da hinten hin und schauen uns die Batterie nochmal genauer an. Ist halt die typische 13 Schusser Form, wie man sie auch von Blackbox zum Beispiel kennt. 248 Gramm NEM, also das ist gar nicht mal so wenig für die 13 Schuss. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, wie das Ding so im Test aussieht. Denn ich habe gehört, die soll ziemlich, ziemlich gut sein. Los geht's. Time Rain. Genau. Genau. Hier wird schön. Hier wird ja noch. Ja. Fettes Teil.